Hallo. Aha. Aha, was ist denn? Aha. Haben Sie den Fall gelöst? Ja. Wer ist es denn? Der Sand. Wir haben den Fall gelöst, er ist der Sand. Das ist der Sand. Officer. Ah, ja. Ich habe ihn geportet. Ich war gerade so geportet. Ist das nicht meine Farbe? Ja gut. Er hat sich das Ganze überarbeitet. Über mir ist Fräulein Schlaf. In der Nähe hatte ich mal auch Zahn gesehen, aber ja. Ich habe nichts mitzunehmen. Ist er tot. Eiskötternot. Er hätte die Sonnenbrille auflassen sollen, glaube ich. Nee, er ist einfach nur durch Überarbeitung gestorben. Das Problem ist halt, er hat keine Sonnenbrille mehr auf. Jetzt hat sich der letzte Wohlscheibe erschreckt und ihn erschlagen. Passiert nicht. Also bei den Augenkringen würde ich mich auch erschrecken, wenn er um die Ecke kommt. Das tut mir für dich sehr leid. Mango, wenn du zum dreistigsten Mal wieder stirbst, diese Augenregel. Jetzt haben wir die Ecke. Frau und ich sind, glaube ich, für diese Runde recht sicher. Wir können uns gegenseitig zumindest rausnehmen. Wir gehen von hintereinander. Ja. Zumindest für diese Runde. Alter, mein Vorgeschenk ist das down. Ich würde dich nicht so ganz vertrauen. Ich bin da. Wenn ihr Ideen habt und sowas, was mache ich halt damit. Amarillo. Ja. Ein Briefing für Sie. Wie geht's Ihnen? Hallo, erstmal guten Tag. Sie erfahren der Sonnenbrille. Sie ist hier in dieser Welt schön. Freut es Sie hier zu sein? Ja. Wieso? Schönes Wetter? Ja. Gut. Dann gehen wir mal nach oben. Hallo, Lucy. Sie wurden hier eingesperrt. Oh nein. Oh scheiße. Oh nein. Ah, noch einer. Amarillo, da bist du. Es geht darum. Dein Bruder macht ja bei uns bei Peine Paper mit, ne? War ja dein Bruder. War richtig, oder? Nitro war mein Bruder. Genau. Und willst du vielleicht auch ein paar Charaktere heimliche machen? So ein bisschen für die Welt. Einfach so. Nicht direkt zum Spielen, sondern einfach so hier die Welt größer zu machen. Ja, müsst ihr mal gucken. Ja, wenn wir mal Zeit haben zusammen oder so. Das ist ein bisschen Bammel, dass die mit der Waffe, als er jetzt sterbte. Hast du dein Schlaf noch erzählen, Zera? Ja. Ich kann jetzt sowieso nicht mehr gewinnen. Ich bin Gaia und der Leiche ist gerade gestorben. Ich habe den blauen Pfeil gesehen und jetzt tot. Also es war recht kurz. Ich habe den blauen Pfeil gesehen. Ja, ich kann nicht mehr gewinnen. Ich muss drei Leichen fressen. Kein Sinn. Oben rumlaufen sehen. Also ich sage einfach, wo die Leiche war. Ja, im Innenhof. Also ich glaube, Zera, dass in der Hinsicht richtig liegt. Ja, das wäre auch möglich, aber ich glaube, in diesem Fall ist es eher andersrum. Weil die Kanäle dauert ja ein, zwei Sekunden, oder? Nein. Ja, eine Sekunde Minimum, oder? Ist ja nicht sofort gemeldet. Ja, eine Sekunde Minimum. Warte mal, hatte zu mir gesagt, die Leiche ist gerade umgekehrt. Weil nun, sie hat die gerade umgekehrt. Nicht direkt sofort, ein bisschen dazwischen war noch Zeit. Ja, dann war es wahrscheinlich, ja, Nadia, in deinem Ding. Wenn du böse bist, wenn du böse bist, sage ich nichts. Dann fress dich hinter dir auf. Kann sowieso nicht mehr gewinnen. Nee. Also, Problem war halt, dass du mein Target bist, anscheinend. Aber ich lasse dich. Geier. Ich helfe dir. Dann ist rechts. Verdammt. Was machen sie hier? Ich möchte dir die Mumie beschwören, aber es funktioniert nicht so gut. Ich will doch nur einmal mit den Mumien tanzen. Warte, ich kann es die Leiche ab, äh, gleich engagieren. So. Ich kann es die Leiche ab, äh, gleich engagieren. Sorry, Daniel. Gut gemacht, Drehdurchfischer.